Schön, dass Sie da sind, je suis enchanté, happy to see, bleibe restesté. Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, ich bin euer Konferencié, je suis votre compère. Ich sage willkommen, bienvenue, welcome. Willkommen in Berlin, berühmter Schriftsteller. Lassen Sie Ihre Sorgen zu Hause. Wie bitte? Das Leben ist eine Enttäuschung, ach was vergessen Sie es. Hier drin ist das Leben wunderschön, die Girls sind wunderschön. Sogar das Orchester ist wunderschön. Mama darf nichts wissen, Mama muss nichts wissen, dass man mich hier bestaunen kann. Drum Freunde, Schnauze halten, sag nichts meiner Alten, sonst glaubt sie, mein Leben ist vertan. Sag's getrost dem Papa, falls nichts macht, er kommt hierher selbst jede Nacht. Nur meiner Mami geht's nicht an. Mami glaubt, ich wäre in der Schule, und es wäre eine Lehrkraft Tag und Nacht in meiner Nähe. Mami hat ja keine blasse Ahnung, dass ich statt in einer Schule der Liebe in Kamm. Also, ich könnte schon wieder. Also, ich könnte schon wieder. Oder einen dritten Bequerang auch bei mir im Kamm. Im Kamm. Ich würde schon wieder an die Schule kamm. Eroh... Ja, ich würde schon wieder als Einladen, Leise und wesprèteyych ellen, Deine Schleub میں Bord fertig. Vielen Dank.